Xerapol Plastikpolish Wir möchten Ihnen diesen neuartigen Kratzerentferner für Acryl- und Plexiglasflächen vorstellen. Haben Sie hässliche Kratzer oder matte Stellen in Acrylteilen von Auto, Motorrad, Wohnwagen oder Möbeln? Wir haben die Lösung für Sie. Einfach Xerapol auf die verkratzte Stelle auftragen und mit einem weichen Baumwolltuch polieren. Bereits nach kurzer Anwendung können Sie das verblüffende Ergebnis bestaunen. Wie durch Geisterhand sind die Kratzer verschwunden und alles erstrahlt im neuen Glanz. Nachfolgend sehen Sie einige Anwendungsbeispiele dieser Spezialpolierpaste. Sie können beispielsweise Kratzer entfernen aus Motorrad-Windschutzscheiben, aus Autorückleuchten und Scheinwerfern, aus Autokockpits und Instrumentenabdeckungen, ja sogar bei Zierleisten aus Wurzelholz verschwinden Kratzer im Handumdrehen. Aber auch aus Karawan- und Wohnwagenfenstern, aus Bootsfenstern, aus Acrylmöbeln oder aus Acrylbadewannen werden Kratzer mit Xerapol mühelos entfernt. Und dies sind nur einige Beispiele, wie vielseitig Xerapol verwendet werden kann. Xerapol wurde bereits in über 50 Fachzeitschriften und TV-Magazinen vorgestellt. Dabei ging Xerapol in allen Vergleichstests als eindeutiger Sieger hervor und wurde mit den Testurteilen sehr gut oder Empfehlung belohnt. Seine Qualität und die verblüffende Wirkung haben Xerapol zu dem am meistverkauften Kratzerentferner in Europa gemacht. Trotz der einzigartigen Wirkung ist Xerapol absolut ungiftig, wasserlöslich und geruchsneutral. Mit einem Wort, Xerapol darf in keinem Haushalt fehlen. Jungs bei 8.30 Uhr 1, 2, 1. 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. 4, 5, 7, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 11. Vielen Dank.